hey und guten morgen liebe motorradfreunde es ist samstag circa 8 uhr und los geht's Richtung Norden. Prost, schönes Wetter haben wir. Wir sind in Schwedens Hauptstadt Stockholm. Stockholm heißt das? Stockholm. Jetzt geht es gleich in den Tunnel, ja? Wir hatten ja eine kleine Umfrage gemacht, ob wir in den Urlaub fahren oder ein Zweirad abholen. Momentan steht es bei 25 Prozent für Urlaub und 75 Prozent bei Zweirad abholen. Da wir den Anhänger dabei haben, sieht alles nach Zweirad abholen aus, oder? Aber auch die Urlaubstippser lagen gar nicht einmal so falsch. Schweden ist wunderschön und wir beide waren noch nie so weit nördlich. Trotz allem geht es nur bis zur Mitte von Schweden. Wir könnten locker die Strecke noch einmal fahren. Schweden hat Modelmaße, also ist lang und dünn. Ungefähr 1600 Kilometer Länge und nur 500 Kilometer Breite. Man bedenke, dass Schweden das viertgrößte Land in Europa ist, flächenmäßig. Auf Platz 1 liegt Frankreich, gefolgt von der Ukraine und Spanien. Deutschland liegt auf Platz 5. Anders? Kannst du auf norländisch sagen, das Wetter ist schön und wir sind gleich da? So, wir sind fast da und die Spannung wächst. Mal sehen, warum wir wirklich hier sind. Na klar, eine TS 250-1. Was sonst? In Rot. Ja. Och so bytte ich an der und im Jahr. Gummibergen her, so der ich auf einen större rennen. Aha. So du fick tätt da, so du nicht da. Ja. Es ist nicht bra mit Sudlöfte hier. Ja. Ich fisch na. Anders testet und man sieht ihm den Spaß glaube ich wohl an. Und jetzt kann unser Urlaub beginnen, in einem wunderschönen Ski-Hotel. Kaum zu glauben, aber wahr. Wir haben unsere dritte MZ TS 250-1 in Rot gekauft. Und wir sind überglücklich. Jetzt haben wir Drillinge. Unser Verkäufer hatte sie seit 2002 und musste sie jetzt aus gesundheitlichen Gründen verkaufen. Er hat sie gepflegt und gehegt. Wir versprechen dir, wir halten dieses Schätzchen in Ehren. So, das war unsere Reise in die Mitte von Schweden. Wir hoffen, unser kleiner Ausflug hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und falls ja, würden wir uns über ein Like, Abo oder Kommentar sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. 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 Bye.